wir sind nur noch neun kilometer von grenze entfernt und wenn wir jetzt versagen wurden das wäre richtig mies stand da ein schild namens oder fast da aber ich glaube nicht dass wir fast da ich glaube wir werden jetzt versagen glaube ich okay wir sind nicht an der straße wir gehen irgendwie oben entlang aber ob das jetzt so unbedingt eine sichere weg ist weiß nicht was ist hier hier ist eine tor die wir nicht durchkommen oder wo wir nicht durchkommen so wir nicht durchkommen und versuchen wir halt hier durchzukommen runterrutschen andere möglichkeiten gibt es mir sowieso nicht glaube ich das war sehr knapp das war in der tat sehr knapp das ist ich weiß nicht ob ich halt wirklich bis die grenze schaffe beziehungsweise bis die grenze sind wir ja fast über die grenze noch schaffen weil es war ja irgendwie eine rede von irgendwie unterrede ich im tunnel und es gibt ein abzeug rechts und links ist eine angel stelle aber und ich 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 doch schön aus ne das sieht einfach nur so schön aus hier das ist man nicht so viel gefunden haben dann gehen wir in die andere richtung und gucken wir mal da ob wir was da finden also irgendwas sagt mir das halt hier irgendwas schlimmes auffinden werden so 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 leute geht immer wählen auch bei den kommenden wahlen hier dann gehen wir hier rein wir können jetzt hier rechts rein gehen oder halt links so das geht wiederum raus aus der aus der hülle wir können wir halt uns ganz kurz erholen kann ich nicht machen wir haben eigentlich erstmal genug energie schätze ich jetzt erholen dann wird es wiederum nacht eine seite kann es gut sein weil wir halt nachts seltener gesehen werden wie zum beispiel durch den polizeiwagen die hier vorbei gefahren ist aber andersrum nachts wissen wir logischerweise nicht was auf uns erwartet so nachts konnte jeder irren hier verlassen die straße verlassen und die straße entlang gehen wie viel energie wurde es mir kosten steht nicht 0 kilometer wir sind an der grenze wir sind an der grenze oh gott bitte jetzt nicht keep out und bitte jetzt nicht irgendwie jetzt genau jetzt versagen das wäre da stehen sehr viel elkewes kann ich drucken oder so kann ich nicht ich glaube die warten alle halt die grenze zu spazieren genau ich kann wahrscheinlich nicht einfach da reingehen oder darf ich einfach da ok andersrum gefragt mir bleibt aber auch keine andere wahl übrig ja zu den snacks und drink komme ich kurz weiß wie ich über grenze zu erklären kann äh was ist äh ist das ein stand äh was hängen sie über die wahlen was läuft im hirnsee special 10-year commemoration of the collapse there's some never before seen footage there wer hat den einschutz vorgesagt i'm not much for conspiracy theories normally i hear there are incriminating government docks out there if we could just get our hands on those es ist irgendwelche regierungsrunde unterwegs es ist irgendwelche suchrunde unterwegs so äh boah sollen wir ihn direkt nach dem grenze übergang fragen von ist nein ist ja okay so kids try to hide in the trucks and get through that way of course there's no guarantee you'll get their security they got all kinds of security measures i hope you find your freedom kid will be rooting for you danke also in lkw verstecken haben leute versucht warte mal da steht ein text was steht denn da ist es das was da unten steht ob du die grenze überquert sein ich will es immerhin in der erinnerung an den drohtriff haben ist es der nachricht was da drauf steht oder du nein ich könnte es nicht lesen man hat nicht erkannt was da drauf stand los um lkw zu knacken bis da unten stehen die lkws aber hier dahinten ist auch ein es sind drei möglichkeiten warte mal hier hinten geht ein weg darunter geht ein weg und der weg wo wir eigentlich gekommen sind das ist das denn erstand das stimmt leider essen kann ich nicht mehr trinken konnte ich eins kaufen aber ich weiß es gerade nicht da hinten steht einer ob das eine gute zeit ist eine polizeibeamte das ist kein polizei das ist kein polizei vom torner Okay? Ach, der ist ein, ähm, Obachtungsbosten. Ich will die Grenze hören, deswegen. Ich bin keine Bulle, okay? How do I know? The enemy is getting smarter all the time. Fine, you can go. But I don't like your attitude. Hey, danke. Also das sind irgendwelche Typen, die die Grenze auch beobachten, aber die sind... Die wollen nicht Polizisten hier haben. Das ist dieses, äh, äh, Gruppierung. Hallo, wie geht's dir? Who wants to know? Ich verstehe die Frage nicht. Jemand, der die Grenze überqueren will. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, überall groß draufzuschreiben, dass wir die Grenze überqueren wollen. Maybe I can help with that. The important word being maybe. 50 Dollar. Das ist viel. Ich hab kein... nichts davon, ne? Ich weiß nicht, ob es eine gute Weg gibt. Wenn eine Weg ist, wird die Regierung adaptiert. Du weißt, was ich meine? Es ist wie eine Nukle-Arm-Rase zwischen Tien und Tyrak. Das ist wie eine Nukle-Arm-Rase zu machen. Das ist wie eine Nukle-Arm-Rase zu machen. Das ist die Nukle-Arm-Rase zu machen. Du weißt, wie eine Nukle-Arm-Rase zu machen. Ich bin wirklich gut. Ich hoffe, du es machst. Ich bin wirklich gut. Also, sie konnte uns über die Grenze bringen, aber wir brauchen halt 50 Dollar oder halt irgendwelche andere Fähigkeiten, die wir nicht besuchen. Hey, Mann! Wollt ihr ein paar Tipps? Ja? Und warum nicht? Ich sah einen Mann aus der Peak eine Minute. Er schreit all den Weg runter. Und es ist ein langer Weg runter. Just don't go up there, man. Also, man kann die Grenze überqueren, indem man da drauf klettert? War das der Tipp? Willst du nicht die Grenze überqueren? Hm. Ich war gerade über das gerade jetzt. Ich sage nicht jemandem, aber ich habe einen Gaff-Pass. Oh! 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 Das wurde gerade interessant. Das Geheimnis ist bei mir sicher. Mach's gut für ihn gut. Okay, der hat eine Pass wie dir zumindest über die Grenze kommt. Und wir mussten gucken, wie wir über die Grenze kommen. Was hast du zu zahlen? Hey! Oh! 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 June- 같이. Ich dachte. Oh! But I can each other whereas I can run it on the way. Oh! 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 ist jetzt geschafft wir sind jetzt in den tunnel das ist keine gute idee oder das ist das ist echt keine gute idee keine gute idee habe ich schon mal gesagt dass es keine gute idee ist ich glaube das wäre halt die tatsächliche ausgang das problem ist wir haben keine taschenlampe wir haben eine taschenlampe ja wir sind gerade da durch ok warum sagt gerade jede nervenselle in meinem körper gerade dass es keine gute idee ist schluss knacken ist auf der anderen seite junge ich dachte das ist kein horrorspiel wir wir könnten da durch gehen oder wir könnten hier runter springen können wir nicht ok ok immerhin es gibt nicht mehrere wege außer diese die wir nicht knacken können wir müssten hier durch ich glaube warum habe ich einen gefühlt dass es keine gute idee ist habe ich schon mal gesagt dass es keine gute idee ist ich dachte du war ein guard bitte nicht schreien das auf mich meine wälder und ich kam hier zu kreuz Diese sind unsere Mädchen. Sie ging weg, um einen Weg rauszuholen, als wir geblieben sind. An einem Punkt hörten wir Schäden. Sie kam nie zurück. Der Weg nach hinten ist geblieben. Landslide, siehst du dir selbst. Ich weiß nicht, was wir machen. Unsere Essen ist fast weg. Ich hoffe, dass du es machst. Ich hoffe, dass du es machst. Nein, wir haben sie nicht. Gut. Good luck to you. Danke. Wenn ich einen Weg finde, sage ich euch Bescheid. Gut. Wir können rechts gehen oder wir können links gehen. Gehen wir links. Wenn ich jetzt hier... Ich kann nicht mehr zurück gehen. Perfekt. Ich mag Spiele, wo man nicht zurück gehen kann. Eigentlich nicht. Wir haben ein Hacking Tool. Das ist keine gute Idee, glaube ich, oder? Harry, open die Tür, kids! Open die Tür! Wo ist der Typ? Er ist weg! Komm, 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 komm! Ich habe mich geschockt. Das Problem. Das Problem. Nichts ist mehr wichtig. Aber es gibt viele andere in Petra immer noch zu suchen. Es gibt es immer noch zu schauen. Es gibt es immer noch zu schauen. Es gibt uns die Tür. Ich sage es dir. Und ihre Reise haben nur angefangen. Bis auf den einen Typen, wir haben fast jeder Charakter schon kennengelernt. Ich glaube, hätten wir einmal Taxi gerufen, hätten wir auch den Taxi-Charakter kennengelernt. Aber wir hatten ja kaum Geld für den Taxi. Und Taxi hatten wir halt Angst davor gehabt, um den zu rufen, weil... Gut! Okay, der erste... Okay, das ist der dritte Verlauf, würde auch gehen. Gut. Ich sag schon mal an dieser Stelle, danke fürs Zuschauen. Und wie die Episode 3 weitergeht, also der nächste Versuch weitergeht, ja, erfahren wir dann hochwahrscheinlich morgen. Bei den Murklingen-Stream. Auch gegen 16 Uhr um den Dreh. Okay, gut. Ich danke schon mal für... Vielmal fürs Zuschauen. ... ...